So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer mit mir und den Zwergen und vor allem einer sehr lustigen Schlacht ab. Heute, oder besser gesagt in dieser Folge, geht's nämlich um die gesamten Gefechtswiederholungen, die ich so im Verlauf der gesamten Zeit angesammelt habe. Wie gesagt, ich bin ja immer noch einarmig und warum zur Hölle ist so viel Wasser unter meiner Tastatur? Was soll das denn jetzt? Kurze Unterbrechung hier in der Moderation. Naja, jedenfalls hatte ich da, wie gesagt, häufig nicht so wirklich Lust dazu zu moderieren, weil es halt einfach nur scheiße warm war und ich jetzt gerade auszusehen, was gedrückt habe, was ich nicht wollte. Egal. Naja, jedenfalls war es halt scheiße warm. Also so schon ein bisschen, war entweder am Essen oder am Filmeschauen oder was weiß ich, oder halt nicht am Lernen. So war halt, was weiß ich, wie spät und wollte dann irgendwo mal auch schlafen. Aber nur null Nerv tatsächlich. Deswegen mache ich das jetzt alles. Auch war ich mir häufig nicht sicher, ob ich es überhaupt schaffe. Ich war mir nicht sicher, ob die Kampagne überhaupt erfolgreich wird. Ja, deswegen schauen wir uns jetzt hier alles mal an, was wir denn hier so machen. Und das ist, glaube ich, die, genau, das ist die Schlacht um Karakissor. Was wir vorgesehen haben, Explosionen waren nämlich unsere Eisenbrecher, die ihren Explosivgeschossen haben. Aber sie sagt, ihren TNT-Kloppen. Wumms. Hier nochmal reinzimmern. Ich weiß nicht, ob die Explosivgeschosse nicht irgendwie als magischer oder was weiß ich, anderer Schaden zählen. Weil ich glaube, dagegen sind die so null physische Resistente. Und man sieht hier schon, wie die einfach nur weggeschritten mitzeln werden. Und die haben da richtig ordentlich Kassier. Und dann mit denen schießen wir die Kavallerie nieder. Oder halt die Wild Orks in dem Fall. Sind die Schädelsammler, das heißt, sie haben einfach nur Wild Orks. Das ist richtig, richtig nervig. Obwohl es richtig lustig aussieht. Ich muss planen. Na ja. Hier müssen wir ein bisschen weiter Bomben. Okay. Hier müssen wir Stumpfpositionen halten. Und hier niederschießen, was nur irgendwie niederschießbar ist. Das ist einfach so ein riesiger Blob an Leuten. Die Eisenbrecher sind so mehr oder weniger die tiefen Wache in den ganzen Zwergenfesten. Und ich bin richtig froh, dass ich die Kupfermähne gebaut habe in Karg-Eso. Weil daher kommen nämlich die Eisenbrecher hier in der Garnison. Und die zimmern ordentlich rein. Also in der automatischen Gefechtsführung haben die 500, glaube ich, jeweils gekillt. Hier in der manuellen nur 200, glaube ich. Aber naja. Dafür hat halt der Rest hier in der manuellen Gefechtsführung wesentlich mehr getötet. Und halt in der automatischen und so gar nicht. Joa, hier geht's ja mutterfrohlich weiter. Das ist immer noch so ein richtig fetter Blob. Ich hab leider keine Munition mehr. Für meine Eisenbrecher, sonst könnte ich da jetzt weiter reinhalten. So, jetzt schauen wir uns mal diesen beeindruckenden Charge an. Der irgendwie abdreht. Ich find's gut, dass sie die Hände über den Kopf nehmen. Das hilft ihnen auch nicht unbedingt. Aber gut, sie sind durchgekommen. Naja. Hilfen jetzt dann auch nur bedingt. Das Problem ist tatsächlich der hier. Der Wark-Boss, weil der ist halt hinten in der Linie. Komm her, Leute. Na gut, die Bergwerker halten nicht so gut durch. Aber dafür der Rest. So, die haben wir jetzt auch in die Flucht geschlagen. So, das können wir aber ein bisschen abkürzen. Das dauert nämlich. Wie kann ich denn diesen Stuhl niedriger stellen? Da. Naja. So. Aber richtig spannend ist es unbedingt nicht. Ich glaub, die hab ich irgendwie übersehen, die einen Bergwerker. Aber naja. Aber dadurch, dass sie halt hier gebloppt an der Formation von mir stehen, kann ich sie halt wirklich sehr gut niederschießen. So, die werden einfach nur jetzt hangen genommen und überrannt. Der Wark-Boss hat langsam auch keine Lust mehr. Dafür hat mein Kommandant keine Lust mehr. Was auch ein bisschen schlecht ist. Dafür kann ich die hier jetzt einfach nur wieder schießen. Die halten einfach nur noch einen Ring aus Eisenbrechern stand. Der... Na, zu Glück ist die KI nicht schlau genug, um mir in den Rücken zu fallen. Scheid. Ich glaub, nur so ein bisschen. Dafür kommen die jetzt wieder zurück. Das ist nämlich auch ein bisschen scheiße. Was ich hätte gleich machen sollen, ist mit denen halt hier rüber und halt hier näher schießen. Aber naja. Ich wollte zuerst die eigene Flanke sichern. Dass ich mich hier gebloppt habe, auch maximal unklug. Jetzt fliehen hier die Eisenbrecher. So, und den Nahkampf mal weghauen, Munition sparen. Da haben sich noch die Bergflacke gesammelt, aber leider nicht die Eisenbrecher. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt kann ich die halt komplett niederschießen. Also wie gesagt, wir haben hier jetzt so einen kleinen Ring aus Eisenbrechern. Da können wir so gut wie ein Null-Friendly-Fire anrichten, deswegen können wir da nur draufholzen, wie wir wollen. So, mittlerweile hat der Wagenboss auch keine Lust mehr. So, jetzt haben sie umzickelt und alle wegschnetzeln. Und das war's dann mit der Schlacht. So, die Reste rausbringen. Genau, es war knapp, aber ganz ehrlich, gegen die Übermacht hier, ähm, hm, war das schon eine ganz schöne Leistung. Ähm, also wir sehen hier 100 Kills, 200 Kills, 300 Kills, hier nochmal 150. Die haben schon ordentlich reingezerkt. Dann, es sind wirklich einige Wiederholungen, weil ich nämlich einige Schlachten hatte. So. Genau. Dann kommt die nächste Schlacht. Und zwar hatten wir nämlich dann, also das, was ich gerade gezeigt habe, war, glaube ich, Ich hab vergessen, dass es dieser Stuhle rinnen gibt. Entschuldigung. Und zwar hatten wir dann irgendwann einen Krieg mit den Waldelfen, ich weiß nicht mehr genau, warum, ich glaube, denen wir aus wirklich heiterem Himmel einfach mal den Krieg erklärt. Ab dem Zeitpunkt wurde es ein bisschen unlustig. Aber war machbar. Besser gesagt, war ich mir dann nicht sicher, ob das machbar war, weil die hatten halt nur eine Silung, aber halt eine fullstige Armee drin und halt echt eine große Garnison. Vor allem haben die eine sehr gute Garnison. Also wenn sie hier schon die ewige Wache da hat, ihre Speerinfanterie, dann haben sie noch Drojaden und vor allem die Waldgarde mit Hexenfluchtpfeilen. Also Giftschaden plus noch magischer Schaden. Der magische Schaden ist uns ein bisschen wurscht, bis auf unsere Geister, aber halt das Gift ist halt ein bisschen kack. Und halt die Kampftänzer, die auch ganz gute Werte haben. Und generell, ja, sind Waldelfen. Waldelfen sind behindert. Jetzt dürfte es auch irgendwie langsam mal laden. Ja, jedenfalls bin ich einfach nur da reinmarschiert, übers Tunnelwegenetz und hab einfach nur angegriffen und gehofft, dass es irgendwie funktionieren wird. Was ein Problem war, war, dass ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte, wie weit diese verdammten Waldelfen mich im Tunnelwegenetzwerk abfangen können. Und zwar sehr weit. Was stimmt gerade nicht mit dem Rechner? Das Gute war auch hier, dass ich eine enorm hohe Führerschaft gekriegt habe durch Boni. Ich weiß gar nicht, ob die hier noch angezeigt werden. Muss ich gleich mal gucken. Was ist denn jetzt los zum Henker? Hallo. 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 Der Arbeitsspeicher ist ein bisschen sehr im Arsch. Irgendwie ist gerade, glaube ich, das Spiel einfach nur abgeschmiert. Äh. Okay. Ne, jetzt geht's hoffentlich wieder. Oder halt auch nicht, Herrgott, Sakrament. Moment. Was ist denn los zum Henker? Hm. Hm. So. Es ist zu warm. Ich denke, ich denke, sie ist wahrscheinlich auch der Rechner. So, wärst du jetzt bitte so nett und würdest hier mal raus und, naja, einfach mal in die Schnauze halten, du blödes Kackding. Ja, ich bin dabei. Äh. Just let me out. Gott, das ist halt echt zu machen. Gut, wenn das hier munter frühlich weiter vor sich hin ruckelt, hoffen wir, dass es gleich funktioniert und ich hole mir noch einen Stuhl. So, der Stuhl war jetzt irgendwie unbefehl. einfach mal nachher, dass es wirklich geht. Wow, hey, ohja. Huh. So, und dann, aber ich weiß, wie auch, wie lange ich im Tunnel gesehen habe. So, ja, ich verstehe. Oh, ich weiß. So, wie lange ich mich in unserer Zeit ver 15age vorbeiал, möge, was Bögekonto? In meiner Zeit, wie man mich wünscht, dass es ihnen wunderbar, wie lange ich habe können. Weil dann, wie lange es sich nicht klar, wie lange ich desmincularen, weil ich's mir nie Lah Jean Jesús und Klimo 450-dzus. Und jetzt ist das nämlich nicht klar! Okay, nächster Versuch. So, hoffen wir mal, dass es jetzt mal funktioniert. So, hoffen wir mal. So, hoffen wir mal. Sind das irgendwie zu viele Einheiten für die Wiederholung oder what the fuck? Okay, wir sehen uns, wenn es klappt. So, hoffen wir mal.